Ja, das trockene und sonnige Wetter geht langsam zu Ende. Zum Wochenende kommt Tief Dirk aus Westen herangezogen über Frankreich zu uns nach Deutschland. Und dieses Tief, das bringt uns dann am Samstag und am Sonntag verbreitet Schauer und Gewitter. Und diese Gewitter bringen stellenweise auch Starkregen und das auch in die Flutgebiete. Aber keine Sorge, es wird nichts Großflächiges erwartet, wie beispielsweise vor über einer Woche. Als diese extreme Flut über den Westen hereingebrochen ist. Es sind punktuelle Schauer und Gewitter und die können eben auch mal ganz lokal Starkregen bringen. Hier und da kurzfristig für kleinere Überflutungen sorgen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Ja, Starkregen ist am Wochenende regional wieder ein Thema. Schon mal als Tipp in die Flutgebiete. Am besten die technische Ausrüstung sichern gegen Regen, damit ja nichts beschädigt wird. Und auch noch mal gucken, ob die Wasserabläufe, die mittlerweile gereinigt worden sind, auch alle frei sind von Schmutz. Damit der Starkregen auch schnell wieder abfließen kann. Und damit es auf Straßen und Grundstücken keinen Rückstau mehr gibt. Und das Wasser vielleicht nicht doch wieder von der Straße nach dem Starkregen in die Häuser, in die Keller läuft. Einfach noch mal checken, alles im Vorfeld, dann sollte eigentlich das ein oder andere Gewitter am kommenden Wochenende kein großes Problem mehr darstellen. Zunächst schauen wir uns aber mal die Großwetterlagenkarte an und zwar vom heutigen Donnerstag. Das Hochdana ist noch wetterbestimmend. Es reicht von den britischen Inseln bis nach Mitteleuropa. Es bringt viel, viel Sonnenschein und eben auch vorübergehend trockenes Wetter. Sehr heiß dagegen ist es hier auf der iberischen Halbinsel mit Temperaturen von teilweise über 35 Grad. Und hier am äußersten Bildrand dieses Tief, das ist das Tief Dirk und das erreicht uns am Wochenende dann auch in Deutschland. Der Blick auf den Strömungsfilm, das Hochdana ist weiterhin wetterbestimmend über Mitteleuropa, zieht sich aber langsam in den nächsten Tagen zurück. Und dann ist der Weg frei für Tief Dirk und dieses Tief bringt uns dann am Wochenende, am Samstag und Sonntag punktuell diese Starkregenschauer. Der Luftmassenströmungsfilm in 1500 Metern Höhe, der zeigt die warmen Luftmassen hier aus Nordafrika. Die schieben sich langsam Richtung Frankreich voran. Ein Teil dieser sehr warmen Luftmassen kommt zum Wochenende auch mal nach Deutschland und das heißt, bei uns wird es zwar Gewitter geben, aber es ist ziemlich schwül warm, teilweise auch schwül heiß mit Temperaturen von über 30 Grad. Der Niederschlagsfilm zeigt zunächst noch keine Niederschläge, zumindest nicht bis Freitagabend, aber ab Samstagmorgen, ab Samstagvormittag geht es dann los. Da kommt das Tief Dirk und wir sehen hier aus Westen, da ziehen dann die Regenfälle heran, teilweise Schauer und Gewitter, auch mal Starkregen mit dabei. Und das zieht dann genau auch über den Westen Deutschlands hinweg. Punktuell gibt es dann dort auch mal wieder diese Schauer und Gewitter mit starkem Regen. Wir blicken auf die Monatsbilanz des Monatsjulis. Bisher bis einschließlich gestern, dem 21. Juli, da hat der Monat eine mittlere Temperatur von 18,0 Grad. Und nur auf die ersten 21 Tage bezogen ist der Monat bisher 1,3 Grad wärmer als das Klimamittel. Und wir schauen mal auf die Niederschlagsummen. Flächendeckend gerechnet hatten wir schon 84 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist schon mehr, als normalerweise im gesamten Monat Juli zu erwarten wäre. Und beim Sonnenschein, da kommen wir auf 121 Sonnenstunden und damit ist das langjährige Monatssoll zu 57 Prozent erfüllt. Wie geht es nun weiter am Wochenende? Die Wetterlage bleibt spannend, teilweise auch ein bisschen brisant. Wir hatten es eben gesagt, dass Tief Dirk kommt und das bringt dann am Samstag Nachmittag vor allen Dingen hier im Westen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Von Niedersachsen über Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland bis nach Baden-Württemberg kann es Schauer und Gewitter geben. Regional eng begrenzt eben auch diesen Starkregen. Die Temperaturen ziemlich schwül warm bis schwül heiß. Im Osten und Südwesten teilweise 31, 32 Grad. Im Rest des Landes 26 bis 29 Grad. Und auch der Sonntag bleibt zeitweise noch wechselhaft. Immer noch einzelne Schauer und Gewitter, teilweise auch noch mit Starkregen betroffen. Vor allem die Mitte, aber auch der Westen des Landes bekommt immer wieder einzelne Schauer und Gewitter ab. Also aufpassen in den Flutgebieten vorm Starkregen. Der kann hier und da nochmal kurzfristig, ganz kleinräumig für Überschwemmungen sorgen. Und bitte auch die Einsatzgeräte schützen vor dem zum Teil kräftigen Starkregen, der hier und da runterkommen kann. Die höchsten Temperaturen am Sonntag bis zu 34 Grad im Osten, ziemlich unerträglich schwül dabei. Im Rest des Landes 27 bis 29 Grad. Wir schauen auf die Niederschlagsummen. Was kann da runterkommen bis zum Montagmorgen über das Wochenende hinweg? Die Prognose vom europäischen Wettermodell. Mal hier vor allen Dingen geguckt für den Westen Deutschlands. Und wir sehen hier Summen, ja punktuell bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter sind bei besonders kräftigen Schauern möglich. Vielleicht auch ein bisschen mehr zum Vergleich. Vor gut einer Woche sind hier über 150 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Also überhaupt kein Vergleich zu den Regenmassen, die da vor gut einer Woche runtergekommen sind. Was kommt noch runter bis Anfang August? Bis zum 6. August so lange berechnet schon das amerikanische Wettermodell die Prognose. Und wir sehen hier ganz schön viel Niederschlag im Süden des Landes. Das deutet nicht darauf hin, dass die Hundstage wirklich trocken werden. Ganz im Gegenteil. Die Hundstage sind Ende Juli, Anfang August und es sieht ziemlich nass aus in den Hundstagen. Hier im süddeutschen Raum bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter, aber auch im Rest des Landes immer wieder Niederschläge. 70 bis 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das werden wohl eher nasse Hundstage werden statt heiße Hundstage. Ja und nächste Woche kommt auch schon wieder ein neuer Kaltluftvorstoß in der Höhe bei uns an. Hier aus Nordwesten kommt direkt hier in Deutschland an. Um uns herum ist es überall deutlich wärmer. Im Grunde eine ähnliche Wetterlage wie seit Wochen schon in diesem Sommer. Genau hier in Mitteleuropa liegen die Kühlluftmassen. Und um uns herum ist es deutlich wärmer. Ja zum Schluss der Blick auf die Ensemble-Vorhersagen. Auch die bestätigen, das stabile Sommerwetter vor letzten Tagen ist vorbei. Ab dem Wochenende gibt es immer wieder Niederschläge. Niederschläge und die Temperaturen, die bleiben relativ konstant bis zum 7. August meist so um die 25 Grad im Westen des Landes. Ähnlich wie das Ganze auch aus im Osten Deutschlands. Auch hier Temperaturen so 25, anfangs bis knapp 30 Grad. Danach aber auch hier meist die Werte im Mittel um 25 Grad. Und das bis zum 7. August. Und auch der Osten Deutschlands bekommt ab dem Wochenende verstärkt Niederschläge. Und die halten sich dann auch bis Anfang August. Also eine längere, trockene Phase ist im Osten des Landes auch nicht zu erwarten. Wir schauen nach Norddeutschland. Auch hier relativ ähnlich. Die Temperaturen anfangs um die 20 Grad. Zum Wochenende vorübergehend nochmal über 25 Grad. Und danach auch meist so 20 bis 25 Grad. Und auch für den Norden gilt bis zum 7. August immer wieder Niederschläge. Auch hier handelt es sich eher um eine sehr, sehr wechselhafte Wetterphase. Zum Schluss der Blick nach Süddeutschland. Auch bis zum 7. August. Die Temperaturen relativ ähnlich. Meist so um die 25 Grad. Zeitweise nächste Woche auch mal etwas darunter. Dann auch besonders starke Niederschläge. Das heißt, da wird es richtig nass werden im Süden des Landes. Wir hatten es eben schon gesehen bei den Regensummen. Und das bis zum 7. August. Also heiße Hundstage sind bei uns in Deutschland momentan eher unwahrscheinlich. Und auch eine längere, trockene Phase ist nicht mehr in Sicht. Es gibt immer wieder Niederschläge. Und hier mal die Niederschlagsummen bis zum 7. August. Für den Süden Deutschlands. Im Mittel bis zu 140 Liter Regen pro Quadratmeter. Einzelne Ausreise sogar über 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Und die niedrigsten Mengen hier mit 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo mittendrin. Eben bei dieser roten Linie. Dem Mittel aus allen Berechnungen rund 140 Liter Regen pro Quadratmeter. Bis zum 7. August in Süddeutschland. Also die nächsten 7 bis 14 Tage. Die werden bei uns in Deutschland eher sehr wechselhaft bleiben. Immer wieder zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Viel Wärme ist nicht in Sicht. Temperaturen von 30 Grad und mehr. Also heiße Hundstage sind nach dem aktuellen Stand eher unwahrscheinlich. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Donnerstag.